So Leute, in diesem Moment können wir ein paar ziemlich interessante Sachen am Kryptomarkt beobachten. Diese Rejection an meiner orangenen Box, könnte das jetzt der Start eines neuen Downtrends sein oder ist das vielleicht nur eine kleine Korrektur zum Krafttanken, um eben dieses Level hier oben zu durchbrechen? Genau über diese Frage werden wir uns heute unterhalten, dann darüber worauf wir kurzfristig und langfristig achten müssen und wir werden uns noch über meinen Trade unterhalten, der momentan, ja doch in einem kleinen schönen Profit ist. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt mal starten. Also, wir haben hier tatsächlich eine Rejection bei meiner orangenen Box bekommen. Wir formen jetzt gerade so eine kleine Art Kanal nach unten und die Frage, genauso wie ich zu Beginn gesagt habe, ist, ist, ist das jetzt der Anfang von einem neuen Abwärtstrend oder aber ist das nur eine kleine Verschnaufspause? Und ja, wir tanken einfach ein bisschen Kraft, um dann wieder abzuheben und dieses Level zu durchbrechen. Naja, für mich ist die Antwort, dass ich glaube, dass wir massive Volatilität für Bitcoin haben werden, genauso wie ich auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesagt habe, wir werden eine ganze Menge Volatilität nach oben und auch nach unten haben. Das hier, meine Freunde, ist ein Tradersmarkt und genau das ist auch der Grund, warum ich momentan aktiver handele. Weil, ja, ich habe einfach das Gefühl, wir haben momentan so viele Möglichkeiten, um mit dieser Volatilität Gewinne zu machen. Ich glaube jetzt allerdings auch, dass wir noch ein bisschen weiter nach unten trennen werden, dass, ja, wir noch einen etwas größeren Schwung haben, als wir gesehen haben, weil, wie viel sind das? Das sind gerade mal so rund 6%, also schon anständig. Trotzdem, ich glaube, dass wir höchstwahrscheinlich nochmal bis zum 22.500 Dollar Level sinken werden, bevor wir dann weitere Aktionen nach oben sehen können. Aber, trotzdem, wie gesagt, ich erwarte einfach massive Volatilität für Bitcoin. Außerdem, wenn man sich mal den Weekly Timeframe anschaut, da kann man auch sehen, dass wir, also, wenn ich jetzt mal die Moving Averages einschalte, da haben wir tatsächlich über den gleitenden 200er Durchschnitt geschlossen, was ja schon mal eine ziemlich gute Sache für Bitcoin ist, also für die Bitcoin Bullen. Genau das möchten wir sehen. Wir können also sehen, wir haben den gleitenden 200er Wochendurchschnitt genau bei rund 22.880 Dollar. Wir haben also oberhalb diesem Level geschlossen, was ja schon mal großartig ist hier. Diese Kerze hat darüber geschlossen und diese ist jetzt momentan darüber. Also, jetzt bei dieser Kerze haben wir natürlich immer noch sieben Tage Zeit. Eigentlich eine ganze Woche, bis sie schließt. Heute ist Montag. Trotzdem, ich glaube, dass wir noch weiter nach unten gehen und zumindest mal das Level bei 22.800 antesten werden. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich wieder Gewinne aus diesem kurzfristigen Trade mitnehmen werde, in den ich ja eingestiegen bin. Und also, ja, sobald ich verstanden hatte, dass wir von diesem Level rejected werden, dieses Level, worüber ich natürlich auch auf unserem Kanal gesprochen habe, genau da bin ich in diesen kurzfristigen Trade für Bitcoin eingestiegen, was wiederum bedeutet, dass ich glaube, dass wir noch ein bisschen weiter nach unten fallen zu diesem Level. Und das ist dann auch das Level, ja, wo wir den gleitenden 200er Wochendurchschnitt haben. Und von diesem Punkt aus werde ich dann Gewinne mitnehmen. Und dann müssen wir die Informationen neu bewerten, die Situation neu bewerten. Und möglicherweise können wir dann auch eine weitere Long-Position bis zu 25.000 Dollar eingehen. Wir müssen aber erst mal schauen. Also, erst mal Profite mitnehmen bei diesem kurzfristigen Trade und dann schauen, was dann passiert. Bevor wir uns jetzt über das langfristige für Bitcoin unterhalten, falls ihr auch durch Traden profitieren möchtet, von dieser Volatilität profitieren wollt, dann könnt ihr jetzt bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen, wenn ihr in die Videobeschreibung geht und euch über meinen Link anmeldet. So, und jetzt lasst uns mal über ein paar langfristige Charts unterhalten. Wie ihr wisst, kurzfristig, da bin ich ja der Meinung, dass wir ziemlich viel Volatilität haben. Langfristig und mittelfristig glaube ich allerdings immer noch, dass eine gute Zeit ist, um Bitcoin zu kaufen. Da unten war es definitiv eine gute Zeit, um Bitcoin zu kaufen. Einfach, weil jeder einzelne Indikator momentan darauf hinweist, dass der Boden gefunden wurde oder dass es zumindest in der Nähe des Bodens gewesen ist und dass wir jetzt nicht allzu viel tiefer gehen werden als das, was wir bereits gesehen haben. Das Ding ist nämlich, was man jetzt hier sehen kann, achso und nebenbei Nance und Alpha, die betrachten jetzt Daten, die on-chain sind und versuchen dabei herauszufinden, was momentan am Markt passiert. Und was die jetzt momentan sehen können, ist das Smart Money. Die haben tatsächlich ihren Stablecoin-Bedarf reduziert, ihren Bestand reduziert. Hier, man kann sehen, im Laufe des Sommers ist das zurückgegangen. Die setzen jetzt also ihre Stablecoins wieder zurück in Kryptowährung um. Das ist das, was das Smart Money momentan macht. Hat das Smart Money immer recht? Natürlich haben die nicht immer recht. Aber so ganz allgemein haben sie schon eine ganz gute Vorstellung davon, was am Markt passiert. Außerdem, was man jetzt auch sehen kann, das ist der Pure Multiple. Was ist das? Naja, im Grunde genommen wird das Ganze berechnet, indem man den täglichen Emissionswert von Bitcoin in US-Dollar durch den gleitenden 365-Tage-Durchschnitt des täglichen Emissionswerts geteilt. Also, im Grunde genommen sagt er uns, wie profitabel das Mining von Bitcoin momentan ist. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass jedes Mal, wenn wir bis auf dieses spezifische Level gesunken sind, und im Übrigen der Pure Multiple, das ist die orangene Linie, der Bitcoin-Kurs ist die weiße Linie. Und hier kann man sehen, beim Pure Multiple sind wir nach unten gesunken. Bitcoin ist von diesem Level nach oben gestiegen. Also, hier auch. Und das hier, das war der Boden für Bitcoin. Wir sind nach unten gegangen. Das war der letzte Shakeout des Bärenmarktes von 2018. Und jetzt genau hier, da kann man auch sehen, das war der Virus-Crash. Und jetzt gerade befinden wir uns wieder in dieser Nähe. Das ist jetzt nur einer der vielen, vielen verschiedenen Indikatoren, die uns zeigen, dass wir langfristig auf jeden Fall in einer historischen Bodenbildung für Bitcoin sind. Wie gesagt, das ist einfach nur ein weiterer Chart, der uns das zeigt. Wir haben schon so viele andere beschrieben. Das wissen wir ja bereits. Die Frage ist einfach, wird diesmal vielleicht alles vollkommen anders sein, als das, was wir bisher erlebt haben? Das ist natürlich eine Sache, die wir nicht wissen. Aber für mich ist es zumindest eine Sache, dass ich denke, Geschichte reimt sich, auch wenn sie es nicht immer wiederholt. Und deshalb denke ich, dass das höchstwahrscheinlich der Boden war. Und selbst wenn nicht, dann werden wir meiner Meinung nach zumindest nicht noch viel tiefer gehen. Ihr könnt einfach die Volatilität beobachten, von der ich momentan spreche. Man kann sehen, dass wir uns momentan innerhalb dieses Kanals befinden. Wir haben einfach unfassbar hohe Volatilität nach oben und nach unten. Das ist genau das, womit wir versuchen werden, hier auf diesem Kanal Geld zu verdienen. Selbstverständlich haben wir noch unsere langfristigen Bestände. Ich zumindest habe mein Hoddleback und ich versuche diese Trades einfach zu nutzen, um das Ganze ein bisschen zu vergrößern. Im Grunde genommen war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, dann lasst unbedingt ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video auch sehr, sehr gerne mit euren Freunden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.